So, wir sind live. Passt, dann herzlich willkommen heute zu diesem Video. Und zwar habe ich einen Interviewgast, zu seinem Gesprächsgast eingeladen. Und zwar den Sebastian Thalhammer vom Projekt Phoenix. Also er ist Spezialist für Business, für Entrepreneurship, für die Idee, wie man seine eigene Leidenschaft quasi zu einem Business umbauen kann. Und ich bin schon gespannt, wie es ist. Und wie es werden wird. Ja, danke Max, dass ich in dieser Spezial-Session hier dabei bin, in dem Live-Hangout. Und hoffentlich sind auch Live-Teilnehmer dabei, die uns dann ja begleiten bei unserem Gespräch. Das wird nämlich die neue Überraschung, weil in jedem Interview, was ich mache, beziehungsweise in jedem, also das Format heißt ja Let's Talk, also bei jedem Gespräch, werde ich quasi das kleine Überraschung. Also wir werden kurzfristig sagen, wann das Ganze passiert. Und jeder, der jetzt das Video im Nachhinein natürlich sieht, der kann immer wieder mal schauen, entweder auf meiner Facebook-Seite oder eben auf meinem Newsletter, wie ich das verschicke, und er kann live dabei sein und eben dann dem Interviewgast nämlich auch Fragen stellen. Und jetzt schauen wir mal, ob sich ein paar Leute eben hierher verirren. Also meine erste Frage ist an sich, wer bist du, was machst du, was ist eigentlich das Projekt Phönix? Ja, gute Frage. Mittlerweile ist das Projekt Phönix etwas ziemlich Interessantes herangewachsen, aber vielleicht erzähle ich ein wenig mehr über mich, wer ich bin und wieso ich überhaupt mache, was ich mache. Ziemlich angefangen hat es mit dem, dass ich eigentlich voll bin mit Ideen, tausend Projekten, tausend Leidenschaften und immer wieder herumgesprungen bin von einem Projekt zum nächsten und von vielen Jobs und Aufgaben und Projekten und aber nie wirklich gefunden habe, okay, wo soll ich jetzt hingehen? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, viele Ideen zu haben und aber eigentlich irgendwie auf der Suche zu sein. Wo und wie kann ich das einsetzen, was da drinnen steckt? Und meistens habe ich immer irgendwelche Kompromisse machen müssen, vor allem bei Jobs. Und bis zu einem gewissen Punkt ist das gut gegangen und dann aber irgendwann nicht mehr. Und so hat mich die Reise eigentlich immer mehr dahin gebracht, okay, es gibt scheinbar nicht die eine Tätigkeit, ich brauche etwas, was dynamisch ist, was mit mir mitwächst, wo ich alle meine Talente reinpacken kann. So wie du bei dir auf Max Baudasch, wo du schreibst, wo du Videos machst, Gespräche führst mit Menschen und was auch immer. Also Sky is the Limit. Und so etwas wollte ich auch und habe mich dann wirklich sehr intensiv auf die eigene Reise begeben und habe dann auch herausgefunden, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin und für die, die den Begriff nicht kennen, der Begriff wurde geprägt von der Autorin Barbara Scheer, die das Buch schreibt, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Und die beschreibt eben, dass es Menschen gibt, die voll mit tausend Ideen sind und die sich aber nicht entscheiden können für eine Sache, aber glauben es zu müssen. Und das erzweckt einen unglaublichen Druck. Und als ich das Buch gelesen habe, das kann ich mich noch erinnern, da war ich so richtig, oh mein Gott, das bin ich. Woher weiß die so detailliert über mich Bescheid? Und das hat mich dann einfach wirklich zum Denken gebracht, okay, wie setze ich das um? Weil ich habe immer geglaubt, ich muss mich für eine einzige Sache entscheiden. Ich muss eines durchziehen bis zum Ende, nur dann kann ich erfolgreich sein, nur dann bin ich erfolgreich. Und das hat mich richtig fertig gemacht über eine lange Zeit. Und bis ich dann aufgehört habe, diesem System zu folgen und habe einfach neue Wege gefunden, meine Interessen zu vereinen, zu verpacken und auch damit Mehrwert zu liefern und erfolgreich zu sein. Und die Resultate oder dieser ganze Prozess, diese Entwicklung, das beschreibe ich unter anderem auf Projekt Phönix. Und mittlerweile habe ich auch für mich ein Wort kreiert, um diese Art von Menschen anzusprechen, die ihre vielseitigen Talente unternehmerisch einsetzen möchten, um etwas zu bewirken. Und die nenne ich die Polypreniere. Und das ist einfach eine Wortkreation aus dem Begriffen Polymat, die vielbegabten oder universalgelehrten laut Wikipedia. Und dem Entrepreneur, dem Unternehmer. Und ein Polyprenieur ist für mich jemand, der in sich die Überzeugung hat, den Willen, da draußen was umzusetzen mit seinen Talenten, der sein Potenzial ausleben möchte. Und meiner Wahrnehmung nach geht das sehr, sehr gut, wenn man das unternehmerisch macht. Wenn man versucht, wo kann man Lösungen finden, wo kann man einen Mehrwert schaffen. Und dann kann man sich auch Jobs und Aufgaben und Möglichkeiten kreieren, die man sonst vielleicht so nicht finden würde. Und meine Leser und Kunden unterstütze ich in Coachings und Consultings dabei auch das, ihren eigenen Weg zu gehen und das umzusetzen. Und ja, das ist einfach schön zu sehen, was da für eine Entwicklung angeht und entsteht dabei. Ja, also das war ich in einer Kurzfassung. Ja, es ist sehr interessant, weil eben den Begriff Scanner-Persönlichkeit, ich habe das schon mal gehört bei jemand anders, aber ich habe es jetzt gerade eben wieder auf deinem Blog gelesen und ich habe das bisher noch nicht so gekannt. Und ich kenne das Gefühl auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei dir ähnlich ist. In dem Moment, wo man meint, man tut sich für irgendwas fest oder man entscheidet sich für etwas, das möchte ich machen. Auf einmal wird das uninteressant und was anderes wird wieder interessanter. Und vielleicht ist das das typische Gefühl und das typische Symptom eben der Scanner-Persönlichkeit. Ja, ja. Ja, die Frage, die was mir kommen ist, ist eben, angenommen jetzt jemand schaut das Video an und denkt sich, okay, das passt gut auf mich. Ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, mich interessieren hunderttausend Sachen. Aber ja, wie soll ich, was wäre quasi der erste Schritt, den du jemandem empfehlen würdest, der sagt, okay, ich möchte quasi meine tausend Interessen, die ich vielleicht habe, irgendwie umsetzen und ich möchte mit denen halt Mehrwert bieten. Was wäre der erste Schritt, was jemand machen könnte? Gute Frage. Da möchte ich noch ein wenig ausholen, weil vielen ist ja zunächst einmal nicht bewusst, dass es so ist und machen sich deswegen sehr viele Vorwürfe. Und da liegt eigentlich genau das größte Problem, das es zunächst einmal zu lösen gibt. Menschen wie du und ich sind schon auf dem Weg, wo sie diese Dinge umsetzen. Aber ich kenne das von mir, das war nicht immer so. Und da bin ich durch Zeiten durchgegangen, die richtig waren. Ich weiß nicht, ob wir da zensurfrei sind, aber da war ich wirklich emotional wrackmäßig. Und zwar deswegen, weil genau das immer passiert ist, was du jetzt beschreibst. Man hat ein neues Interesse. Man brennt dafür, yeah, Überzeugung und man ackert und macht und steckt Energien rein. Und dann kann es aber sehr schnell wieder passieren, dass das Ding komplett uninteressant wird. Und das ist mir gegangen bei Sportarten, bei eben den Jobs, bei allen möglichen Interessen. Und irgendwann bekommt man dann das Gefühl, irgendwie das zehrt aus, das zehrt an der Energie. Immer wieder dieses Springen. Nie zu wissen, hat das jetzt endlich einmal Sinn, dass ich da meine Energie reinstecke oder verpufft das ja ohnehin wieder in wenigen Wochen, Tagen oder Monaten. Mir ist es ja auch früher so gegangen. Ich habe Internetprojekte aufgezogen, sechs Monate Hardcore gearbeitet und dann von quasi einem Tag auf den anderen weg. Interesse komplett verloren und wieder etwas Neues angefangen. Mit der Zeit nagt das auch ein bisschen am Selbstbewusstsein, weil man natürlich jetzt dann irgendwie das Gefühl bekommt, ist man überhaupt nicht in der Lage, einfach nur eine Sache durchzuziehen. Und auch das Umfeld oder die Welt sagt einem ja, du musst dich spezialisieren, auf eines festlegen, zieh eines durch, mach eines richtig, dann hast du Erfolg. In der Ausbildung, ich bin Elektrotechniker, wollte das nie werden, bin aber dann drinnen gesteckt in der Ausbildung, habe es halt durchgezogen, weil andere Möglichkeiten kannte ich nicht. Wenn du in der Schule bist, machst du das Ding fertig, dann suchst du dir einen Job in genau diesem Gebiet und so weiter. Wenn du studieren gehst, worum geht es? Worauf willst du dich spezialisieren? Und das heißt, die Wahrnehmung ist häufig so von diesen Menschen, dass sie glauben, dass diese tausend Interessen, diese tausend Projekte und Dinge, die da im Kopf herumspirren, kann häufig auch der Eindruck entstehen, dass das etwas Negatives ist. Das Umfeld spiegelt das dann häufig so wieder, dass sie vielleicht sagen, ah, der ist oberflächlich oder langsam macht er mich fertig mit seinen ständigen Ideen wechseln, jeden Tag gibt es etwas Neues, da kommt kein Mensch mehr mit. Und selber tut man sich ja auch nicht wirklich leicht damit, wenn man jetzt eigentlich gar nicht mehr weiß, wo geht denn jetzt die Reise hin? Heute ist es, keine Ahnung, Kuchen backen und morgen ist es Quantenphysik. Und es scheint eigentlich kein richtiger Konsens da drinnen zu sein. Und häufig spielt sich das ja auch im Jobleben wieder bei solchen Menschen, die einfach komplett unterfordert sind, die ihr Potenzial rausbringen wollen und aber eigentlich keinen Weg finden. Und gleichzeitig aber sehr stark in der Lage sind, neue Sachen dazuzulernen und das häufig sehr schnell tun. Aber das Wichtigste oder der allererste Schritt, um auf deine Frage zurückzukommen, ist zu erkennen und bewusst wahrzunehmen, dass wenn man so tickt, wenn man so drauf ist mit tausend Ideen und wenn man bekannt ist dafür, dass man ständig was Neues hat, dass das durchaus nichts Negatives ist, das man als Schwäche oder als Bürde ansehen soll, sondern etwas sehr, sehr Positives, eine Stärke. Man hat vielleicht nur noch keine Wege gefunden, wie man diese Stärke richtig nutzt. Aber zunächst ist wirklich diese Selbsterkenntnis wichtig, dass man eben nicht sich auf eine Sache entscheiden muss, dass man eben nicht bei einer Sache ewig lang dranbleiben muss und vor allem aber, dass man die Dinge sehr wohl fertig macht, auch wenn das Umfeld es vielleicht nicht so sieht. Aber jede Scanner-Persönlichkeit macht ihre Sache immer fertig, vielleicht nicht, wie es den gesellschaftlichen Standards entspricht. Und das ist eigentlich häufig das, was passiert bei den Menschen, mit denen ich arbeite oder die bei mir in den Gruppen sind. Und wenn die einmal erkennen, dass es so, wie sie sind, dass es wirklich okay ist, dass es cool ist und dass es auch vielen anderen so geht, dann geht erst diese Reise los. Dann geht es erst los, sich zu überlegen, alles klar, hier bin ich, so ticke ich, was mache ich damit und wie mache ich das damit? Und dann gehen wir quasi in den nächsten Schritt. Und da setze ich dann eben den Hebel an, wo ich dann sage, um so ein Umfeld, um so ein Leben zu gestalten, sehe ich eben die größten Möglichkeiten, unternehmerisch zu agieren. Und das kann man in vielen Formen. Und da eben ein erster Schritt ist wirklich auch die, das ist eine Übung, die ich immer empfehle, die können wir hier gerne durchgehen, wenn du möchtest. Man braucht dazu professionelle Tools, nämlich einen Block und einen Stift. Den Rest trägt man mit sich bereits herum. Und dann anfangen niederzuschreiben über die Dinge, die Fähigkeiten und Talente, die man sich den letzten fünf Jahren angeeignet hat. Und da einfach anfangen zu schreiben. Und das kann alles sein. 40 Sätze auf Chinesisch zu sprechen, eine Strickmütze gestrickt zu haben, ganz egal, raus aus dem Kopf, auf diese Liste schreiben. Und dann schreiben. Und wieder schreiben. Und das wirklich machen, bis der Kopf leer ist. Und was da meistens passiert, ist, dass diese Menschen dann anfangen zu erkennen, wow, eigentlich habe ich für meine, keine Ahnung, wie alt ich bin, aber für meine, sagen wir, 25 Jahre, kann ich eigentlich schon viel, habe ich schon sehr, sehr viel gemacht. Nicht selten passiert ist, dass da mehrere Seiten an Talenten und Fähigkeiten niedergeschrieben werden. Und dann wird man sich eigentlich erst einmal bewusst, was man eigentlich schon kann, was da eigentlich schon da ist. Und dass das ein großes Talent ist, das viele Menschen vermutlich niemals so kennenlernen, was auch okay ist. Es ist nicht jeder Scanner, es ist nicht jeder Spezialist oder Expertin etwas, aber wichtig ist für sich selber zu erkennen, was bereits in einem steckt und dann auch wirklich bewusst werden zu lassen, wie viel Potenzial eigentlich schon da ist. Weil dann kann ich mit etwas arbeiten. Umfangreiche Antwort, oder? Ja, sehr umfangreich. Mir hat das ein bisschen, ich erinnere an ein Video, was ich angeschaut habe, es war ein Vortrag von Robert Green, also ich kenne es sicher, ein Bestsellerautor hat die 48 Gesetze der Macht zum Beispiel geschrieben und das 50. Gesetz, also die 50. Law mit 50 Cent und ist halt ein relativ bekannter Schriftsteller mittlerweile. Und der hat halt in dem Vortrag beschrieben, dass er eigentlich genau dasselbe Problem gehabt hat, bis er 35 sogar war. Dass er ist halt durch Europa gereist, hat verschiedene Hilfsjobs, hat in Hotels gearbeitet, hat irgendwo auf einer, wo er in der Insel keine Ahnung, irgendwie gearbeitet. Und ohne, dass er so richtig gewusst hat, eigentlich, was er tun soll. Und hat halt verschiedene Sachen gemacht, hat tausende Bücher gelesen und hat aber wirklich nicht gewusst, was er tun soll. Bis er dann eben da mit einem Verleger zusammengesessen ist, wo er schon 35 war. Und der hat gesagt, du, Robert, du liest doch so viel, kannst du irgendein gutes Buchthema empfehlen, weil ich möchte ein neues Buch produzieren. Und ich weiß aber nicht, über was. Und dann fällt es auf einmal ein, eben das Power, also darüber über Macht und Sozialdynamik und so weiter, was auch dann sein erstes Buch geworden ist. Und er hat das halt dann so begeistert produziert oder eben vorgetragen, dass der gesagt hat, du kannst du das Buch schreiben, ich zeige dir bis dahin quasi die Lebenserhaltung. Und mit dem ist er dann quasi auch berühmt geworden. Und sein Satz war dann das, dass alles, was passiert, ist quasi Material. Das heißt, auch wenn du das vielleicht noch nicht weißt, auch wenn du nicht weißt, in welche Richtung du dich bewegst. Aber alles ist Material und du bewegst dich in eine Richtung. Eben wie du sagst, alles, was du gemacht hast. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo das alles zusammenfällt und wo dann das, wo du merkst, ach genau, da hat der Weg hingeführt. Und das fand ich ja ziemlich eine coole Geschichte. Weil, wie bei mir selber, ist ja nicht so, dass, oft einmal, es sind ja doch immer irgendwie ähnliche Themen, was mich interessieren. Und man, wenn man dann eben diese Metaperspektive hat und das anschaut, dann finde ich, merkt man schon recht deutlich, in was für Richtung man sich eigentlich bewegt, wenn man es vielleicht noch nicht so bewusst weiß. Genau, genau. Die Essenz liegt drinnen in all dem, was man macht, als Scanner oder nicht. Aber bei den Scannern sind sich dessen oft nicht bewusst, dass alles einen Sinn hat, seine Berechtigung, seinen Grund und dass es sehr wohl Gemeinsamkeiten gibt, die man aber aus einer anderen Perspektive ansehen muss. Und dann wird aber schnell klar, man quasi strebt nach dem gleichen Ding, aber in sehr facettenreicher Art und Weise. Und ich habe Kunden, die sind jetzt über 60 und kommen jetzt drauf, dass sie Scanner-Persönlichkeiten sind. Und das ganze Leben verändert sich für die gerade, weil die jetzt eben erkennen, wow, eigentlich ist alles richtig mit mir. Es passt so. Ich habe immer geglaubt, es wäre nicht okay, so zu sein. Und jetzt kann ich anfangen, mir gezielt Gedanken zu machen, wie setze ich das jetzt ein? Und eine weitere spannende Story von einer Scanner-Persönlichkeit, die das auch gemacht hat, ist die von Steve Jobs. Ich glaube, den kennt man. Steve Jobs ist eine Scanner-Persönlichkeit gewesen und in seiner berühmten Rede auf der Universität XYZ, weiß ich jetzt gerade nicht, da beschreibt er, damals im irgendwo College hatte er einen Kurs in Kalligrafie gemacht. Komplett sinnlos eigentlich für ihn zu der damaligen Zeit, aber er wollte einfach Kalligrafie lernen. Und dann Jahre später hat er genau diese Erkenntnisse aus der Kalligrafie dafür verwendet, Schriftarten zu entwickeln für den Mac und eben dieses Designverständnis konnte er dann einbringen. Scheinbar komplett unterschiedliche Themen hat er miteinander verwoben, verschmolzen lassen und etwas Neues kreiert. Und das, finde ich, ist einfach eine sehr inspirierende und interessante Fähigkeit, das zu tun, aus komplett unterschiedlichen Bereichen sozusagen die Synergien zu finden und verschmelzen zu lassen. Ja. Du hast das Buch schon angesprochen, also ich werde es dann unten auch nochmal verlinken, den Namen habe ich leider vergessen. Was für Leute haben dich sonst noch inspiriert, eben auf deinen Weg und hast du irgendwann so einen Punkt gehabt, dass du irgendwas gelesen hast von einem anderen Blogger oder aus anderen Büchern, wo du gesagt hast, ach genau, das hat jetzt quasi den Weg für dich quasi gestartet, in dem du dich jetzt bewegst? Puh, da gibt es einige. Aber ich konzentriere mich auf die Essentiellsten, also die, die mir immer wieder mal begegnen. Definitiv zu Beginn Napoleon Hill mit dem Buch Denke nach und werde reich. Also wer dies noch nicht gelesen hat, jetzt kaufen, weil das Ding mit diesem Buch ist, in Wahrheit, da steht alles drin, was du wissen musst, alles, was du brauchst, um auf den Weg zu kommen. Man soll sich vom Titel jetzt nicht verleiten lassen, da geht es jetzt um, keine Ahnung, Geldstrategien, sondern reich ist da in diesem Buch auch gemeint im Sinne von reicheres Leben. Der Fokus ist schon auch auf Geld als Thema, aber auch wirklich, es geht darum, den eigenen Weg zu finden und er beschreibt da drinnen die 13 Erfolgsgesetze, die er in, ich glaube es waren über 35 Jahre, hat er sich damit beschäftigt, mit den erfolgreichsten Menschen der Welt zu arbeiten, zu sprechen und herauszufinden, was haben die gemeinsam, damit sie dorthin kommen, dort sind, wo sie sind. Und dieses Buch ist über 70 Jahre alt, meines Wissens. Das heißt, er hat mit Menschen gesprochen, wie Thomas Edison, mit Andrew Carnegie, der damals der mächtigste Stahlmagnat der Welt war. und vielen anderen Menschen hat die Essenz, die 13 Erfolgsgesetze herauskristallisiert. Und in dem Buch steht das alles drinnen und vieles von dem Zeugs, das man heute da draußen findet, finde ich auch in diesem alten Buch wieder. Also es ist für mich ein Nachschlagewerk und das hat für mich auch definitiv so den Weg geebnet oder diese Reise getriggert. Das war eines der ersten Bücher, die ich wirklich angewandt habe, wo ich dann schon die ersten Schritte gemacht habe in Richtung, ja sagen wir, Selbstverwirklichung als Unternehmer. Eine weitere wirklich gute Quelle, finde ich, ist Scott Dinsmore von liveyourlegend.net, der für mich auch eine sehr große und starke Inspiration darstellt, der auch die Themen behandelt. Sein Kredi ist ja, finde die Arbeit, die du liebst und bewirke damit etwas und der hat auch mittlerweile eine sehr, sehr große Community in über, keine Ahnung, 80 Ländern oder so, wo er auch wirklich dieses Momentum der Community stärkt und wo sich die Menschen auch gegenseitig unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre Leidenschaften zu finden und umzusetzen. Immer wieder sehr inspirierend für mich und habe auch schon einiges an E-Mail-Kommunikation mit ihm gehabt. Es ist einfach für mich inspirierend zu sehen, weil er atmet, was er erzählt. Also das ist einfach, das kommt von innen, das ist jetzt kein wiedergekaltes Wissen von irgendwo. Und eine dritte Ressource möchte ich noch geben, lass mich kurz überlegen. Das ist schon mehr Business-lastig. Das ist Dane Maxwell von der Foundation. Ist jetzt eher unbekannt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Dane Maxwell ist, glaube ich, 28 Jahre oder so und ist eben Betreiber von der Foundation, die Menschen dabei unterstützt, auch unternehmerisch aktiv zu werden, aber er arbeitet sehr viel mit dem Mindset des Unternehmers. Das heißt, da geht es wirklich auch, also ich bin in seinem großen Programm drinnen, das über mehrere Monate geht, mittlerweile schon abgeschlossen, wo es wirklich an die Substanz geht durch Coachings, wo du an dir arbeitest und deine Glaubenssätze überwindest und die sind da schon sehr fortgeschritten in der Art und Weise, diese Limitierungen, die wir uns häufig im Laufe des Lebens selber geben, wie man mit diesen Limitierungen, wie man sich denen bewusst wird, wie man sie auflöst, wie man dann neue Stufen erklimmen kann und dieser Mensch ist auch für mich eine sehr gute Inspiration oder Inspirationsquelle, um auch meine eigenen Herausforderungen zu zu bewältigen und auch zu wachsen und das dann natürlich auch an andere Menschen weitergeben zu können, die an einem anderen Punkt der Reise stehen. Also ich würde sagen, diese drei Ressourcen sind momentan jetzt meine Top-Quellen, aber es gibt sehr viel Gutes mit Material und ich hole mir auch immer wieder die richtigen Bissen, wenn es passt, auch von dir, von deinen Videos oder das, was du schreibst. Manchmal springt einem ja das förmlich ins Auge und dann weiß man, okay, da muss ich, das sehe ich mit sie an und einfach das Lernen von anderen Menschen, das das Modellieren von anderen Menschen, wie wir es aus NLP sagen, das ist für mich einfach ein sehr effektiver und effizienter Weg zu lernen und zu wachsen, einfach mir anzusehen, was machen andere, wie machen die es, wie war deren Geschichte, was haben die für Erfahrungen gemacht und wie kann ich das für mich umlegen und einsetzen. Das ist für mich eigentlich etwas, das ich immer mache und jede Quelle ist mir da sozusagen recht. Ja, sehr cool. Was ich jetzt machen möchte, ist, weil wir schon eine Zeit lang reden und ich habe gesehen, wir haben zwei Zuschauer, die live dabei sind und zwar möchte ich die Fragefunktion aktivieren und wenn du jetzt live dabei bist, dann kannst du gerne auch eine Frage stellen und die beantworten wir dann im Laufe dieses Gesprächs. Jetzt müssen wir schauen, wo man das noch mal einstellt. Oder im Chat oder irgendwie. Ah ja, da müsste es ein und aus, nein, das macht das nicht. Ja, ich frage, ich stelle dir mal die nächste Frage und während du die Frage beantwortest, schau ich, dass ich die Fragefunktion irgendwie aktivieren kann. Und zwar, was ja immer sehr wichtig ist, ist auch das Umfeld, das heißt, mit was für Leuten umgibt man sich und wie lernt man von anderen Menschen, also von Mentoren zum Beispiel, wie findet man Menschen, die einen auf seinem persönlichen Weg unterstützen können. Weil wie gesagt, Bücher und Videos, das ist eine Quelle, aber cool ist natürlich, wenn man die in echter Person hat. Was für Strategien, Ideen hast du dazu für Leute, die sagen, okay, sie merken, sie haben jetzt die Freunde, die Worte sie haben, die sind jetzt, sagen wir mal, normal, aber sie möchten halt sich auch mehr mit Leuten umgeben, die halt auch ihnen auf dem Weg unterstützen können. Was für Strategien hast du da und was hast du selber gemacht? Sehr interessante Frage und die mich auch sehr lange beschäftigt hat. Wichtig zu erkennen, auch hier, die richtigen Leute sind bereits da in deiner Umgebung, du musst sie nur finden und da ist es ganz egal, wo du bist und ich schwöre dir, da wo ich wohne, das ist eigentlich schon komplett weg vom Schlag, also das ist jetzt nicht so, dass ich in einer pulsierenden Großstadt lebe und trotzdem habe ich einfach dadurch, dass ich rausgegangen bin und mir diese Leute gesucht habe, eben welche gefunden. Also ganz wichtig, proaktiv sein, proaktiv sein und wirklich rausgehen und Menschen kennenlernen und das kann man auf viele, viele verschiedenen Wege machen. Das heißt, ich kann Veranstaltungen besuchen, wo ich glaube, das sind Menschen, die interessant sind. Ich kann Events oder quasi jeden ansprechen, wo ich mir denke, das könnte interessant sein und auch vielleicht, das habe ich damals gemacht vor eineinhalb Jahren, ich habe selber Events veranstaltet, kleine Meetups, wo es wirklich darum ging, zusammenkommen, eine kleine Mastermind, also eine Gruppe machen und schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Die habe ich selber initiiert und habe dann einfach auf Facebook gepostet, dass ich das mache, habe das den Freunden von mir erzählt und so weiter und da kommen dann Leute zusammen. Man würde überrascht sein, wie viele Menschen ähnliche Gedanken haben, sich aber vielleicht nicht trauen, damit rauszugehen. Das ist ja häufig so. Man gibt ja nicht gerne zu, dass man vielleicht nicht ganz zufrieden ist mit der aktuellen Situation. Wenn man jetzt aber erkennt, da geht es zwei, drei Leuten genauso wie mir, dann entsteht eigentlich wieder eine neue Grundlage und man kann wieder arbeiten und proaktiv zu sein, das ist für mich eigentlich der beste Weg, da neue Menschen zu finden und eine Möglichkeit, die man natürlich nicht vernachlässigen sollte, das Internet selbst. Ich meine, wir haben uns noch nie persönlich getroffen und jetzt sprechen wir über coole Themen und das ist alles möglich. Also was hindert jemanden daran, rauszugehen im Internet und zu sagen, hey, keine Ahnung, möchten wir, wie sieht es aus, skypen wir mal, lernen wir uns kennen, sprechen wir über diese Dinge. Man kann in Gruppen aktiv sein, in Foren, was auch immer. Wichtig ist, rauszugehen, den Stein ins Rollen zu bringen und auch wirklich mal auf Menschen zuzugehen und sagen, hey, wie sieht es aus, sprechen wir einfach mal über Skype, über dies, das und jenes, wo man weiß, okay, da gibt es Gemeinsamkeiten und dann kann daraus wieder alles mögliche entstehen und so wie ich dich kenne, du bist ja auch da sehr aktiv mit diesen Gesprächen und ich habe auf diese Art und Weise sehr, mit sehr vielen inspirierenden Menschen schon zu tun gehabt, die ich zwar noch nie im echten Leben getroffen habe, aber die sind trotzdem da und die Möglichkeiten des Internets da nicht zu nutzen für das, das wäre eigentlich eine, ja, eine vertane Chance und dann ist es eben ganz egal, wo du wohnst, ob du jetzt auf einem Berg sitzt oder in einer Grube sitzt, wenn du Internetverbindung hast, kannst du dich mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden und das relativ unkompliziert und die Frage ist, tust du es oder tust du es nicht? Die Menschen werden dir nicht die Tür einrennen, nur weil du ein neues Umfeld brauchst oder willst, sondern das erschaffst du dir selber und dann kommen andere Menschen dazu entlang des Weges, aber ganz wichtig ist ja wirklich, selber den ersten Schritt zu machen, das ist eigentlich meine Universalstrategie, die ich für alles angebe. Einfach machen, sehen, was passiert und dann weiterschauen. Genau. Das ist eine sehr gute Antwort. Jetzt habe ich leider währenddessen versucht, die Fragefunktion einzustatten, leider funktioniert es irgendwie nicht. Schade. Das ist eine Fehlermeldung, wenn trotzdem von euch jemand eine Frage stellen möchte, dann würde ich ihn bitten, dass er auf Facebook geht und entweder mir persönlich als Max Baudersch oder in Max Baudersch official, also offizial, aber mir schnell eine Nachricht schickt, wenn er eine Frage hat. Wie gesagt, relativ fix, relativ unkompliziert und bis zum nächsten Mal schaue ich halt, dass das besser funktioniert, aber ich mache es momentan nicht. Das ist Experimentiererei und perfekt ist am Anfang nie was. Ja. Eine andere Frage, weil du bist auch jemand, der extrem viel macht, also der eben viele Projekte hat und vielen Leuten hilft und zum Thema, ein bisschen zum Thema Selbstmanagement, weil viele denken sich, okay, jetzt habe ich so ein Wust an Aufgaben, aber wie organisiere ich das Ganze? Und jetzt eben deine Frage, was ist denn da deine Technik? Weil bei jedem ist es anders und man kann sich immer von verschiedenen Leuten und verschiedenen Sachen raussuchen. Ja, das Thema Selbstmanagement, das ist definitiv, gebe ich ganz offen zu, nicht meine Stärke, aber was für Wege habe ich schon versucht und ausprobiert? Also das ist auch für mich immer ein Prozess. Ich glaube, dass das Selbstmanagement selbst ist einfach auch ein Prozess, der ständig wächst. Also ich glaube, man wird nie den Punkt erreichen, zu sagen, so, jetzt habe ich es, check, so funktioniert das nicht. Der Umgang mit der Zeit ist eine Fähigkeit, die ständig trainiert werden muss und wachsen muss. Und da gibt es diesen alten Spruch, wer sich nie die Zeit nimmt, wer kann dann behaupten, dass er die Zeit hat? Und so irgendwie ist das genauso. Wenn ich tausend Projekte habe, jetzt ich persönlich, dann muss ich mir einfach irgendwie klar werden lassen, was ist mir jetzt wichtig, wo setze ich jetzt den Fokus, was will ich, wieso will ich das erreichen? Und da merke ich dann ganz gut, wie wichtig ist mir das jetzt wirklich? Geht es mir da jetzt darum, keine Ahnung, X oder Y zu machen, das erkenne ich dann daran, was fühlt sich besser an, im Sinne von, wieso möchte ich das erreichen? Und dann weiß ich, okay, da sollte ich jetzt meine Energien mehr drauf lenken. Und die Art und Weise, wie ich das dann strukturiere, ist immer sehr unterschiedlich, aber ich verwende mittlerweile das Tool Evernote. das ist für mich als Scanner sehr praktisch, das habe ich aber erst vor kurzem kennengelernt. Die Barbara Scheer hat da in ihrem Buch, beschreibt eben da die Technik, und das Buch ist aus den 90ern, das muss man ihr, das muss man berücksichtigen. Die sagt, da macht ihr ein Scanner-Projektbuch, da kommen all deine Ideen und Projekte rein. So, das Problem ist aber, ein Buch ist doch einigermaßen linear. Nur als Scanner-Persönlichkeit, da funktionierst du alles andere als linear. Da kommst du in alle tausend Richtungen. Das heißt, das Buch wird sehr schnell unpraktisch, weil es entweder irgendwann voll ist, oder du nicht jedes Mal dabei hast. Und mittlerweile mit Smartphones und hin und her, und kannst du das bei Evernote zum Beispiel, da packe ich das alles rein, alles, alle meine Ideen und sonstigen brillanten Einfälle, kommen da rein, raus aus meinem Kopf, in das Tool, und dann weiß ich, die sind zumindest da, gehen nicht verloren, und das Tool hilft mir dann auch, das in den richtigen Kontext zu setzen, und hilft mir auch, Querverbindungen herzustellen, von den Dingen, die mir eben eingefallen sind. Und mittlerweile manage ich da relativ viel darüber, also ich versuche das jetzt wirklich, das ganze Leben auszubreiten, und mittlerweile manage ich da eben, meine Arbeiten als Coach für Projekt Phönix, Consulting-Tätigkeiten, meine Ideen, Kurse und so weiter, Dinge, die ich noch machen möchte, aber noch absolut keine Zeit habe dafür, das kommt da alles rein. Das manage ich dann damit, und das läuft für mich momentan ganz gut. Sicher noch verbesserungswürdig, aber das funktioniert schon einmal sehr gut. Und, aber letzten Endes, was ich, glaube ich, mitgeben möchte, ist, auch hier wieder ausprobieren, was passt zu einem, was mit, was liegt dir? Zum Beispiel, bin ich kein wirklicher Mensch von To-Do-Listen? Andere schwören drauf. Dann habe ich schon diese, diese Kanban-Methode probiert. Vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür, aber, aber das hat auch nicht so, so gut funktioniert. Aber doch, durch dieses Ausprobieren habe ich dann immer klarer gesehen, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht, und dann einfach mein eigenes System Schritt für Schritt aufzubauen. Und diese Arbeit wird einem, glaube ich, nicht ausbleiben. Wobei ich ein gutes Buch an dieser Stelle empfehlen kann, das heißt, Getting Things Done. Autor habe ich jetzt vergessen, ist aber relativ bekannt. Der beschreibt, David Allen, glaube ich, David Allen, der war es. Der beschreibt eben ein paar gute Systeme, die man anwenden kann für sich, um da einfach mal den richtigen Dreh rauszubekommen. Denn häufig ist man als Scanner-Persönlichkeit sehr chaotisch, hat vieles im Kopf drin gespeichert. Und man glaubt manchmal, dass das ein Zeichen von Flexibilität und Freiheit ist. Aber in Wahrheit engt es einen noch mehr ein, als einem bewusst ist. Erst wenn man Systeme geschaffen hat, so paradox das klingt, erst wenn man klare Systeme und Strukturen geschaffen hat, dann ist man wirklich frei. Ansonsten ist man Opfer seiner eigenen chaotischen Gedanken, weil einem sozusagen der Kopf ständig irgendetwas vorspielt von wegen 17.000 Ideen, die man noch hat. Und das hört dann nie auf. Und das brennt natürlich auch aus auf Dauer. Also, ja, wie du siehst, auch ein Thema für sich. Da könnte man ein Buch drüber schreiben. Ja, das stimmt. Bin jetzt auch mit dem Schreiben, weil vielleicht nächste Woche, da sehe ich mal, habe ja einen Thomas Mangold da. Oh, ja. Er ist da relativ ein Experte, was Thema, gerade was Evernote betrifft. Und was Management betrifft. Den wollte ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mit dem war ich vor zwei Wochen im Gespräch top drauf, was das Thema Selbstmanagement angeht. Und auch Evernote, also von ihm habe ich mir sehr viel mitnehmen können aus dem Gespräch, wie er das macht und wie er das umsetzt. Und ich würde wirklich viele Zuhörer und drinnen schon drauf freuen. Ich freue mich selber schon drauf. Bin gespannt. Ja, gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange wir schon reden, aber die nächste Frage, weil eins der wichtigsten oder die effizientesten Sachen, was ich festgestellt habe, für Persönlichkeitsentwicklung, sind eben, dass man sich eben die richtigen Gewohnheiten zulegt. Was für Gewohnheiten hast du, so Dinge, die du jeden Tag quasi machst, die dich langfristig quasi weiterbringen? Da fällt mir immer ein Kalt duschen. Okay. Tatsächlich, also das ist irgendwie, habe ich das angefangen vor, keine Ahnung, einige Monaten und das ist irgendwie so ein Ritual, so eine Gewohnheit, die ich jetzt sehr konsequent durchziehe. Das ist einfach, und warum langfristig? Warum hilft mir das langfristig? Das bringt dich gleich in die Puschen. Also da bist du gleich auf, da gibt es keine Restmüdigkeit mehr, sondern da bist du gleich, da bist du dabei am Tag. Also das ist eine Gewohnheit, die ich da habe. Schreiben. Schreiben will ich auch noch sagen, aber natürlich Projekt Phoenix Blog bedingt schreibe ich sehr viel, aber ich bin überzeugt, eben auch andere Schreibarbeit über das, was mich beschäftigt, passiert sicher jeden Tag in irgendeiner Art und Weise. Also schreiben würde ich generell als die Nummer eins Gewohnheit titulieren, weil du da einfach wirklich, das ist, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, doch Psychohygiene, Hygienefern selber. Da bringst du die Dinge raus aus dem Kopf, ordnest sie, strukturierst sie, manifestierst sie und arbeitest damit und dann reduzierst du diese Gefahr, dass du ständig im Kopf um das Gleiche herumdenkst. Das ist eben eine Gewohnheit und ansonsten, ja, momentan würde ich sagen, dass meine Hauptgewohnheit ist, an meinen Projekten zu arbeiten und da wirklich einfach zu sehen, dass das Fach angeht. Das ist wirklich momentan auch mein Schwerpunkt und da wird es wieder Phasen geben, wo ich das ändere. Also eine Gewohnheit, die ich habe noch, ist Gewohnheiten zu ändern. Das nehme ich mir auch vor, um flexibel zu bleiben, um dynamisch zu bleiben. Da ändere ich, versuche ich wirklich, Denkgewohnheiten zu ändern, Verhaltensgewohnheiten zu ändern und da wirklich das zu trainieren, dass die Veränderung wirklich das Einzige ist, was wirklich bleibt. Sehr, sehr philosophisch. Ja, sehr cool. Jetzt haben wir tatsächlich eine Zuschauerfrage. Cool. Ich habe ja vorher festgestellt, dass eben das eingebaute System des Fragenstellens leider nicht funktioniert. Deswegen habe ich die Leute gebeten, dass entweder über meine persönliche Facebook-Seite oder über meine offizielle Facebook-Seite, die eben marktpartisch Officials heißt, mir eine Frage zu stellen. Und zwar, die Frage kommt von Philipp. Und zwar, inwiefern hast du persönlich noch Zeit für spontane Aktivitäten, wenn du so viele Talente und Potenziale hast und diese eventuell entfalten möchtest? Ja, erstmal cool für die Frage, Philipp. Freut mich. Das ist die Frage quasi, ob ich noch Zeit habe für Spaß und Spontanität, wenn mir quasi der Schädel platzt vor lauter Ideen. Das bringt mich eigentlich wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe mit der Struktur, mit dem System. Und zwar überlege ich mir schon, was ich wie realisieren möchte und packe das in gewisse Pakete. Was muss wann geschehen? Und gebe mir da auch selber meine eigenen Deadlines. Und dadurch, dass das so strukturiert ist, ich weiß, das hört sich vielleicht sehr paradox an, aber da ich genau mir festlege, okay, am Freitag muss das und das geschehen sein. Und dann weiß ich, okay, das passiert. Und dann trage ich mir auch die Termine ein sogar, wenn ich arbeiten werde. Und dann habe ich aber auch Zeit zu variieren, zu verschieben oder eben mir Blöcke zu nehmen für Freizeit oder was auch immer. Das heißt, genau diese einfachen Systeme der Struktur helfen mir, flexibel zu bleiben. Weil vorher, und ich bin da auch immer noch am Arbeiten, verstehe mich da nicht falsch, Philipp, aber vorher, wie ich das quasi komplett Freestyle gemacht habe und so frei von der Leber weg gearbeitet habe, da ist einfach Folgendes passiert. Da bin ich in Wahrheit Stunden vor dem PC gesessen, habe viel gearbeitet, viel gemacht. Gedanklich glaubte ich, ich bin beschäftigt, weil ich ja zehn Stunden arbeite. Ich bringe etwas weiter. Aber habe eigentlich immer irgendetwas angegriffen und dort und hier und da und in Wahrheit sehr wenige Fortschritte gemacht, weil ich das so Freestyle-mäßig gemacht habe. Also da ist schon wirklich ein Bewusstsein notwendig, auch wieder, wo ich gesagt habe, was ist jetzt wichtig? Oder bin ich eigentlich nur beschäftigt, damit beschäftigt zu sein? Und das ist wirklich, das ist eine Disziplin, der arbeite ich auch noch ständig und versuche, das zu verbessern. Aber ich habe mich da wirklich wegbewegt von dieser sozusagen kompletten Freiheitsgedanke zu wirklich strukturierten Arbeiten. und was mich da wirklich, was mir da sehr geholfen hat, war, wenn du Unternehmer bist oder Polypräneur oder was auch immer, dann bedeutet das ja für viele Freiheit. Freiheit, Freiheit der Gestaltung, Freiheit der Entscheidung, du bist dein eigener Chef. Aber die Erkenntnis, die du irgendwann hast, ist am wenigsten frei bist du als Unternehmer. Und zwar aus einem einzigen oder einem wichtigen Grund. Wenn du ein Unternehmen hast, dann ist das ein Teil von deinem Leben. Damit beschäftigst du dich. Wenn Probleme auftreten, beschäftigst du dich damit. Deine Gedanken kreisen damit herum. Es ist einfach ein zentrales Thema. Es ist ein wichtiges Thema. Ein Angestellter jetzt, und das kenne ich ja von mir früher auch, der geht raus aus dem Büro und das Ding ist erledigt. Der braucht sich keine Gedanken mehr machen, vermutlich, dass er jetzt keine Ahnung. Aber der kann das abschließen. Der ist eigentlich freier als der Unternehmer, wenn man jetzt so will. Deswegen braucht auch der Unternehmer und deswegen brauche auch ich eine gewisse Struktur, in der ich mich bewegen kann. Weil ansonsten würde Folgendes passieren, dass man sich immer nur mehr reinhaut in die Materie, gar nicht mehr rauskommt und irgendwann ausbrennt, weil einfach keine Power mehr da ist. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich da diese Zeiten auch freiräumt für die Spontanität, für Spaß. Auch wenn ein eigenes Business sehr viel Spaß bedeuten kann, wenn es das eigene ist, wenn es von innen kommt, gibt es auch einen Unterschied zwischen Business Spaß und, keine Ahnung, den Spaß, den ich habe, wenn ich aus einem Hubschrauber rausspringe mit Fallschirm. Ja, also Quintessenz, ich weiß, ich schweife manchmal ab, die Strukturen zu schaffen, sich zu überlegen, was ist einem wichtig, wieso möchte ich das umsetzen und dann sich auch wirklich zu überlegen, wann und wie soll das passieren. Und das gibt mir dann die Flexibilität, die Spontanität, Dinge zu tun, die sozusagen, ja, so passieren sollen und nicht geplant sind. Genau. Du hast dann auch die, sagen wir mal, die Entspannungszeiten oder die Zeiten, wo du halt wirklich sagst, okay, was weiß ich, von 14 Uhr bis 18 Uhr ist Spontanzeit, wo ich mache quasi, was ich möchte, dass du dir diese Sachen dann entsprechend dann eben auch planst. Also idealerweise mache ich das. Ich bin jetzt ganz ehrlich, wie gesagt, es ist für mich auch immer noch ein Prozess, wo ich dazu lerne und es gibt da Phasen, da bin ich wirklich konsequenter. Momentan ist es bei mir so, jetzt ist es sehr stressige Zeit, weil ich einfach an Produktstarts arbeite. Da passieren einfach viele Dinge, die ungeplant sind. Aber was ich eine Zeit lang wirklich gut gemacht habe, ist einmal in der Woche eine Wochenplanung und einen Wochenrückblick zu machen. Das ist eben auch aus dem Buch Getting Things Done. Mir anzusehen, okay, was ist passiert, was ist gut gelaufen, was ist nicht gelaufen und dann vorausschauend für die nächste Woche, mir anzusehen, okay, was sind jetzt die Top 3 Dinge, die passieren müssen. Top 3 Outcome und jedes dieser Outcomes hat Aufgaben, die darunter liegen. Sagen wir zum Beispiel, um es greifbarer zu machen, ich möchte ein Modul fertigstellen für einen Kurs. Ich weiß, das Modul besteht aus Lektionen, ich weiß, da fehlen noch Videos, geschrieben gehört noch was und so weiter. Einige Aufgaben, die darunter stecken. Dann gehe ich also her und stelle mir wirklich, keine Ahnung, reserviere vier Stunden für Videos und dann ein Blog für das Schreiben, dann für das Implementieren. Ich überlege mir also, was ist notwendig, um da hinzukommen. Aber am Abend oder vier Abendszeiten kommt dann auch wirklich rein, blockiert, da steht dann frei. Also ein Termin für mich, wo drauf steht frei und wo ich dann irgendwas machen kann. Kann ich auch unter den Tag rein planen, aber das ist bei mir im Kalender drinnen. Auch die Freizeit ist eingeplant als Termin und wenn dann etwas dazwischen kommt, dann nehme ich einfach meinen Terminblock, die Aufgabe und verschiebe den auf einen der freien Bereiche, wo noch Luft ist. Also natürlich solltest du jetzt nicht den Terminkalender komplett zuknallen, dass überhaupt nichts mehr geht. Aber das funktioniert dann eigentlich ganz gut, dass ich mich trotzdem noch bewegen kann. So mache ich das die meiste Zeit meistens. Bis auf die Ausnahmen. Genau. Das kennt wahrscheinlich jeder, dass ab und zu hat man das Momentum, dass man die Dinge macht, dass man alles super plant und ab und zu dann wieder nicht, aber das ist eben auch okay. Genau. Ja, danke für die Frage, Philipp. Genau. Wenn noch jemand eine Frage hat, dann bitte per Facebook. Und was mir auch noch eingefallen ist, das sind ein wichtiges Thema eben auf meinem Blog, weil ich bin persönlich jemand, der ungemein gerne liest und gerne Bücher liest. Und du hast eben ein Buch oder eigentlich schon zwei Bücher empfohlen, die was eben einen Einfluss auf dein Leben gehabt haben. Und meine Frage ist es deswegen, wie angenommen, du hättest die Möglichkeit, nur noch, sagen wir mal, drei Bücher in deinem Leben zu lesen, welche würdest du aus da nehmen? Und sagen wir, das Napoleon Hill Buch, den wir mal außen vor, weil das haben wir ja schon besprochen, dass du von dem extrem schwärmst. Aber was waren quasi so drei andere Bücher, wo du sagst, okay, die haben mein Leben beeinflusst und die lese ich quasi immer wieder und die haben so einen großen Einfluss auf mich selber. Was waren das für Bücher? Okay, da ist auf jeden Fall mal vom Dale Carnegie und der Titel ist Wie man Freunde gewinnt. Das hört sich jetzt an wie ein sehr schräges Selbsthilfebuch, ist aber quasi, da werden Grundprinzipien, ist auch wieder ein ganz altes Buch eigentlich, da werden Grundprinzipien der menschlichen Interaktion, der sozialen Dynamik besprochen. Manchmal lest man die und denkt sich, ja eigentlich, das weiß man ja, aber oft ist einem das gar nicht bewusst, dass es so ist und da stehen einfach so ein richtig, ich würde sagen, die wichtigsten grundlegenden Essenzen für Interaktion, für menschliches Zusammenleben drinnen und das Buch ist aus dem Englischen übersetzt und der Titel Wie man Freunde gewinnt, ist jetzt vielleicht ein wenig irreführend. Da geht es jetzt nicht darum, eben lauter neue beste Freunde zu haben, sondern wie erreiche ich einen wertschätzenden, guten, positiven Umgang mit Menschen und wie ist da die innere Haltung und wie geht das da voran? Und da sind einfach ein paar Grundprinzipien drinnen, die jeder von uns jederzeit anwenden kann mit dem Effekt, dass man anders wahrgenommen wird von den Menschen, dass man die Möglichkeit hat sozusagen in Rapport zu gehen mit den Menschen aus der NLP, eine Connection aufzubauen mit Menschen, relativ schnell. Und das ist für mich ein sehr faszinierendes Buch zu lesen, da auch so ein Nachschlagewerk für mich und ein anderes Buch, das ich noch wirklich, wirklich empfehle, das ist das Buch von Frank Betger, auch wieder ein alter Schinken, lebe, begeistert und gewinne. Und das ist für mich, das Buch hat mir extremst viel geholfen in meinem Leben, gerade in dem Beginnen, als ich angehender Unternehmer war und lernen musste zu verkaufen. Und dieses Buch, das hat mir einfach, da geht es um einen, um den Frank Betger, der beschreibt das aus seiner, seine Lebensgeschichte in diesem Buch, der Sportler war, eigentlich eine aufstrebende Karriere vor sich hatte, aber aufgrund eines Unfalls war er sozusagen raus aus dem, aus dem Spiel und musste sich einen neuen Weg suchen. Das hat ihn dann in die Versicherungsbranche verschlagen und er hatte damals nichts, er hatte keine andere Ausbildung, er war quasi, er hat sich darauf verlassen, dass er sportlich erfolgreich sein wird. Als das nicht mehr ging, hatte er gar nichts und er versuchte sozusagen seine ersten Gehschritte im Verkauf in der Versicherungsbranche. Er ist honsmiserabel gescheitert, honsmiserabel, über Monate lang Rückschläge, keine Verkäufe, nichts hatte funktioniert. Es war richtig, also der Mensch war am Ende, der hat sich dann überlegt, dass er als Hafenarbeiter, damals die, die quasi schlecht bezahlteste Arbeit der Welt, er hat sich überlegt, ob er das nicht lieber machen sollte, weil er so honsmiserabel ist im Verkauf. Und dann hat er sich aber wirklich überlegt, wie kann er das von Grund auf ändern und hat dann wirklich angefangen, ihn an sich zu arbeiten, mit Begeisterung rauszugehen und wirklich mit dieser ernsten, authentischen Begeisterung rauszugehen und verkaufen. Verkaufen heißt für mich, Werbe zu liefern, Menschen Lösungen anzubieten. Das ist für mich Verkaufen. Und wie er das gemacht hat, wie er damit gearbeitet hat, dann ist so viel passiert bei ihm. Die Menschen haben anders reagiert. Er hat auf einmal Erfolg mit dem, was er tut. Die Menschen waren auch so begeistert von dem. Und so ging das dann immer weiter. Und für mich ist dieses Buch eine sehr starke Inspirationsquelle dafür, was man mit Begeisterung und Überzeugung erreichen kann, wo man da hinkommen kann. Und das versuche ich einfach so intensiv wie möglich auch selber zu leben, weil ich weiß, die Menschen kaufen nicht, was du tust, sie kaufen, wieso du es tust, wie Simon Sinek ja in seinem Vortrag auch sagt, in dem Golden Circle Vortrag. Genau die gleichen Prinzipien hat Frank Betger vor, keine Ahnung, 60 Jahren auch schon gesagt. Steh hinter dem, was dir wichtig ist und Menschen werden sich damit identifizieren, werden dir vertrauen. Und dann bist du in der Lage, wirklich einen Mehrwert zu geben. Und um zu beweisen, dass ich das ernst meine mit diesen Büchern, sehen Sie hier in meinem Schnellzugriffs-Bibliotheksarsenal. Und ich würde es eben sagen, das sind meine Top 3. Napoleon Hill nehme ich jetzt auch noch damit, weil das sind eben die Bücher, da werfe ich immer wieder einen Blick rein über Jahre. Und ansonsten würde ich einen Kindle mitnehmen mit Internetzugang und einem großen Kreditrahmen. Das stimmt. Ja, cool. Aber ich würde lesen es entsprechend wichtig. Und es ist noch eine Zusatzfrage eben von Philipp gekommen. Und das ist eben noch mal zu dem Thema von vorher. Und zwar, also würdest du sagen, dass man Spontanität quasi planen kann? Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja das Paradoxe dran. Wenn du, wenn du das natürlich nicht alles jetzt 100% durch, ich kann auch so spontan sein, aber je mehr ich mir Zeit frei halte für Spontanität, desto mehr Spontanität kann passieren. Wenn du ständig chaotisch und ohne richtige Struktur vorgehst, dann bleibt dir kaum Zeit für Spontanität, weil du eigentlich nie weißt, wie weit bist du gerade fortgeschritten in dem Prozess. Ja, wenn ich also, wenn ich nicht weiß, keine Ahnung, ich brauche jetzt noch so und so viele Stunden, dann ist das Ding in der Tasche. Dann, oder anderes Beispiel, das macht vielleicht deutlicher, das kennt jeder. Wenn du in der Schule bist und du hast eine Hausaufgabe und eine Projektarbeit abzugeben und dann steht der Tag fest, das ist der 10. Juni und der steht dann mal fest und dann passiert meistens nichts, bis das der 10. Juni immer näher rückt und dann fängt man auf einmal an, wirklich komprimiert und fokussiert zu arbeiten. Man weiß genau, jetzt hat man noch so viel Zeit zum 10. Juni und dann passieren die Dinge. In der Regel schafft man das. Beim Urlaub ist das genau das Gleiche. Magischerweise, wenn man im Urlaub oder in den Urlaub geht, in den wenigen Tagen vor dem Urlaub, da kriegt man irgendwie alles unter Dach und Fach. Da geht irgendwie das meiste voran. Und genau diese Deadlines sind wichtig, dass du dir einfach Tools mitgibst oder die Möglichkeit gibst, dir Freiraum zu schaffen. Weil wenn du quasi immer nur in den Sphären herumackerst und arbeitest, dann kann es sein, dass du für die gleiche Aufgabe, die dich sonst 2 Stunden kosten würde, 5 Stunden brauchst, weil du dazwischen abgelenkt bist oder sonst irgendetwas. Und das ist einfach, und das ist jetzt nicht nur eine Meinung, die ich vertrete, sondern auch wirklich von den, von Menschen wie Warren Buffett und eben Scott Dinsmore verfolgt das gleiche Prinzip, die eben auch schon diese Erkenntnis gemacht haben. Freizeit einzuplanen, verhilft dir tatsächlich, mehr davon zu haben, als wenn du es spontan darauf ankommen lässt. Hört sich etwas schräg an, aber es ist auch wirklich, in meiner eigenen Erfahrung funktioniert es. Ausprobieren, ausprobieren Philipp und dann schickt mir gerne eine Nachricht oder den Max, wie es dir damit gegangen ist. Genau. Ja, witzigerweise, der Philipp hat eben noch eine andere Frage gestellt. Man hat gefragt, ja, ist das nur Fragen, wenn noch Zeit ist und selbstverständlich haben wir Zeit. und zwar, er beschreibt halt, dass das Problem, weil oft einmal können, wenn man sich viel mit Theorie und viel mit Büchern beschäftigt, dass das auch sein kann, dass das ein bisschen blockiert und er fragt, was ist jetzt besser, dass man, sagen wir mal, Theorie oder dass man eher jemandem sagt, der quasi nur macht und dann quasi durch Selbstreflexion und durchs Tun lernt und wie balanciert man beide Sachen, also Theorie, Praxis, Selbstreflexion, wie balanzierst du das speziell? Also ich persönlich bin ein Vertreter, der mache es einfach Philosophie. Das Patent wird noch angemeldet. Für mich, und das ist eigentlich auch, dass die Erkenntnis, die ich bei vielen anderen Menschen sehe, ein großer Segen und Fluch des Internets ist und der Bücher, wir haben Zugriff zu so ziemlich jeder Information da draußen, die es gibt. Also ich bin überzeugt, ich könnte mir einen Baukasten für, keine Ahnung, Information für alles herholen. Aber nur konsumieren, Kurse belegen, Bücher kaufen und so weiter, nur konsumieren von Wissen, das bringt dich eigentlich nicht wirklich weiter, wenn du es nicht anwendest. Und jetzt kommen wir zu dem Part. Machen ist die Devise und weg von der Konsumation hin zum Handeln. Das heißt, ganz egal, was es ist, du kannst zumindest einen kleinen Schritt machen und dann sammelst du Erfahrungen. Und diese Erfahrungen kannst du dann erweitern mit Wissen, aus Büchern oder sonst irgendetwas. Und dann machst du wieder mit dem Gelernten weiter, sammelst neue Erfahrungen. Und dann kannst du das wieder verstärken mit Informationen. Viele Menschen, vor allem Scanner-Persönlichkeiten, ich schließe mich da sehr stark mit ein, oder vor allem früher, da wird konsumiert, bis dass sich die Balken biegen. Also ich kann dir nicht sagen, wie viele tausend Euro ich schon ausgegeben habe für Kurse, Bücher, Seminare und Workshops und weiß ja, guck, guck. Aber da geht so viel Zeit drauf, wenn ich jetzt nur konsumiere und lerne und immer das Gefühl habe, oh, das Buch muss ich noch lesen oder den Kurs brauche ich noch oder oh, mein Favorit habe ich auch geglaubt. Nein, ich brauche zuerst den Master in irgendwas, damit ich erst das machen kann. Blödsinn, Bullshit, Sondergleichen. Du kannst alles machen, was du willst. Da hindert dich niemand daran. Mit Ausrufezeichen an angehende Herzchirurgen ohne Ausbildung. Aber du kannst sehr vieles machen, ohne dass du jetzt irgendwelche Ausbildungen oder tausend Kurse absolvieren musst, sondern wichtig ist einfach einmal anzufangen damit. Weil erst dann machst du die Erfahrungen, erst dann machst du die Fehler und erkennst, ich weiß jetzt nicht, wie ich da weitermachen kann. Dann weiß ich aber, was ich jetzt brauche. Ich brauche neue Informationen, neues Wissen. Aha. Aber dann mit dem neuen Wissen geht es wieder weiter und ich komme wieder ins Handeln. Also zuerst handeln, dann lesen. Das wäre meine klare Empfehlung. Weil sonst verläuft man sich häufig wirklich in dieser Konsumationshaltung. Und ich bin ein Seminar-Junkie. Das heißt, ich sitze liebend gerne in Seminaren drinnen. Das gefällt mir einfach. Aber auch da, wenn du, du kannst jeden Kurs der Welt machen, die besten Kurse und Ausbildungen der Welt, wenn du es nicht umsetzt, wozu dann? Und da ist wirklich lieber rausgegangen, lieber zu früh rausgegangen, als zu lange gewartet. Ja. Also, aber spannende Fragen da von dir, Philipp. Das ist cool. Nächstes Mal holen wir ihn gleich an Bord. Ja, genau. Oder er kommt zu dir zu Gast. Ja, wie gesagt, ich kenne mich relativ gut. Ah, cool. Genau. Ja, also es sollten noch Fragen sein. Wie gesagt, der Philipp hat die Frage über Facebook gestellt, weil die Fragefunktion nicht funktioniert für die Zuschauer bei uns. Ich mache nur die letzten Fragen und sollte das noch ausgehen und du noch Fragen stellen möchtest, dann stell sie bitte jetzt, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Vorausgesetzt, du bist live und kein späterer Zuschauer. Und zwar, die letzte Frage ist, was sind so drei Lektionen, die du in deinem Leben gelernt hast? Und es muss jetzt nicht so Richtung Persönlichkeitsentwicklung sein, sondern es kann von irgendwo sein, was du von irgendjemandem gehört hast, was du irgendwie in deiner Karriere gelernt hast. Irgendwelche drei so entscheidende Lektionen die du findest, was wichtig sind. Definitiv eben wieder die oberste Mega-Lektion, mach es einfach. Also das kann ich gar nicht genug betonen. Mach es einfach, mach es einfach, mach es einfach. Wirklich, ohne Punkt und Komma, absolut die wichtigste Lektion. Wenn ich eines weiterempfehlen würde, was mich weitergebracht hat, dann ist es nicht abzuwarten, was andere sagen oder dass andere mir sagen, dass ich jetzt bereit bin, irgendetwas zu tun oder dass ich noch irgendetwas brauche, damit ich erst loslegen kann. Einfach machen. Loslegen. Ton. Eine zweite Lektion oder ein zweites Statement, das mir immer wieder präsent ist, ist vom Jim Rohn, ein sehr erfolgreicher Mensch, mittlerweile, glaube ich, verstorben. Der hat gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist einfach wirklich ein knallhartes Statement, das es auf den Punkt bringt. Dein Umfeld ist alles. Also dein Umfeld definiert und prägt, wer du bist und wie du dich entwickelst. Ob du das jetzt willst oder nicht. Wenn du dich ausschließlich mit negativen Menschen umgibst, die dich runterziehen, die dich fertig machen, dann wirst du einfach sehr, sehr schwer Wege finden, raus oder dich zu entfalten. Wenn du aber in einem Umfeld bist, das dir Inspiration gibt, das dir Motivation und Ermutigung gibt, dann hast du viel mehr Potenzial und Aufstiegschancen persönlich, dass du da vorankommst. Und wir haben ja heute schon darüber gesprochen, das Umfeld ist einer der wichtigsten Faktoren, für einen selbst und das kannst du dir aussuchen. Du kannst dir die Menschen aussuchen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wähle Weise. Und eine dritte Lektion, eine dritte Lektion, hm, lass mich überlegen. Eine dritte wichtige Lektion ist, glaube ich, die, ich glaube, den Umfang dieser Aussage, den habe ich selber noch nicht verstanden komplett, aber das Wissen, das Verständnis zu haben, dass alles, was du brauchst, alles, was du willst und alles, was du erstreben möchtest, ist bereits in dir. Es muss nichts dazu kommen, es muss nichts entwickelt werden, es ist bereits dir, in dir. Die Arbeit oder die Aufgabe, die wir haben in unserem Leben ist, diese Dinge freizulegen, die entfalten zu lassen, entfesseln zu lassen. Aber du trägst das alles bereits in dir und je mehr man mit dieser Einstellung arbeitet, desto mehr ist einem auch bewusst, dass da einiges an Power, einiges an Potenzial drinnen steckt in einem, dass es eigentlich nur zum Nutzen gilt und dass man so, wie man ist, funktioniert und richtig ist und dass es da nichts zu verbiegen und verändern gibt, sondern es steckt alles da, es muss nur richtig angezapft werden. Sehr coole Antwort. Ja, die letzte Frage, was ich noch stellen möchte, das ist ein bisschen ähnlich wie die vorherigen, aber mir gefallen diese Fragen immer so, weil die, sie gehen in einem Extrem quasi so relativ tief, weil man muss echt reflektieren, was ich jetzt wirklich die wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe. Und die letzte Frage ist auch die, und zwar, angenommen, du wüsstest, okay, du hast nur heute den heutigen Tag und morgen war es quasi hinig. Beziehungsweise, du bist am Ende des Lebens angekommen und du hast noch genau ein paar Sätze, die du quasi der Nachwelt hinterlassen könntest. Ich weiß jetzt deinen Kindern, die du, ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder haben möchtest, angenommen, du müsstest denen quasi irgendeine Message geben, was wäre das für eine Message? Wahnsinn! Coole Frage, aber die geht richtig rein. Also für die hätte ich mich jetzt gerne vorbereitet, damit ich so ein Killer-Statement bringen kann. Was würde ich da, quasi was würde ich da nach der Welt mitgeben wollen? Ja, es ist wirklich cool. Ratert noch? Ratert noch? Aber ich glaube, es wäre ganz egal, was du tust, tu es. Das wäre es, glaube ich, ja. Ah, okay. Um da den Akzent zu setzen. Es war also eine Sache, was man dann so auf dem Grabstein draufschreiben kann. Genau, genau. Oder, wie ich sagen würde, in Österreichisch, gescheit war es nicht, aber geil. Genau. So ein Zitatbild müssen wir machen. Das würde ich eher auf dem Grabstein raufbringen, weil es, ja, mit ein bisschen Scham verbunden. Der Tod wird viel zu ernst genommen. Cool. Ja, gut. Dann, ja, vielen Dank für das Interview. Danke, ja. Das war ziemlich lange geredet. Es waren auch ein paar Zuschauer da. Wie gesagt, das nächste Mal, das ist immer eine spontane Aktion und ich schreibe das immer in die Facebook-Seite oder per Newsletter, wann eben ein neues Interview gerade live ist, damit du Fragen stellen kannst. Also immer die Augen aufbehalten. Und ja, wo kann man die quasi finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hätte an Sebastian und an dem habe ich nur Fragen und ich möchte mit ihm in Kontakt treten. Was sind da die besten Wege? Ja, definitiv mal über meine Plattform projektphönix.com und auch in der Facebook-Gruppe, die es bei mir gibt, die Projektphönix Polypreneure. Coole Community mit mehreren hundert Leuten, die eben auch daran bestrebt sind, ihre Potenziale auszuleben und zu erweitern. und idealerweise Facebook kontaktieren, mir eine E-Mail schicken, die Kontaktdaten findet man eben auch auf der Seite und ja, nicht schüchtern sein, ersten Schritt machen, proaktiv sein und ich bin immer offen für Kommunikation, Gespräche und Austausch mit Menschen. Genau. Ja, wie gesagt, wenn Fragen sind, könntest du es auch immer unten in der Kommentarfunktion schreiben und vielleicht schaust du hier und da mal drauf und beantwortest die Fragen und den Channel abonnieren. Ja, genau. Cool. War es sehr gut, in diesem Sinne, wie gesagt, Sebastian, vielen Dank, war ein super Gespräch und wir, liebe Zuschauer, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mir freuen, wenn du einen Daumen nach oben geben würdest, wie gesagt, abonnieren, teilen und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Interview, in diesem Sinne, Ciao. Ciao.